dann würde ich mal sagen hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren runde start new valley mit gary und taylor endlich mal wieder ja sehr lange her kann seine fünf videos am tag nicht mehr halten nein gar nicht mehr was da meckern sogar die hühner ganz vergessen wie viel wir hier gepflanzt haben so viel sehr viel ihr habt schon alles gegossen ich war schon gerade so rumlaufen ja was kann ich mir zu machen den hof schöner zu machen ja der hof soll schöner werden unser schiff soll schöner werden unser schiff soll schöner werden unser schiff soll schöner werden ja genau bündel aber rand bären keine bären da kommen bären raus wenn du rechtsklick drauf machst oder rechtsklick doch was in dem spiel ja was wollen wir dann heute machen gute frage darf ich mir erst mal das spiel wieder einleben ja oh gott wir wollten ja eine scheune bauen soweit ich weiß ja stimmt und ich wollte irgendein werkzeug von mir glaube ich aufpimpeln ich wollte eigentlich schon bauen aber campi wollte ja unbedingt seine line von die herbstmusik ist so schön wir können ja trotzdem bauen tatsächlich den kann man ja verschwinden ach ja so viel jannis haus das irgendwo in der ecke gammelt wo irgendjemand dein inventar hingeräumt hat was für eine spitzhacke die kupferhacke die ich habe ich habe noch die ganz normale sense und sonst habe ich glaube ich und die normale ax ich muss erst mal im hintergrund whatsapp und telegram ausmachen das problem kommt bekannt vor woher kennt man das so hat sich jemand gekümmert da fragt mich einer ob die die ladies seine frisüre mögen ich habe die auswahl sie inzwischen sieht sehr schick aus oder sieht aus wie eine art pilzgewächs mit wem redest du mit dem mit dem sportstyp hier da ich weiß jetzt gerade nicht wie der heißt okay mit dem alex und jetzt sagte mir ja was auch immer du bist nur neidisch weil du nicht so gut aussiehst ich glaube ich hast du ein ernst verloren bei ihm mir doch egal ich will ihn sowieso nicht ins bett kriegen den alex das ist ein typ hallo da bist du ein arroganter bastard arrogant aber bastard ich habe eine stange brot gefunden eine stange brot ja abigeil was hast du aus dem müll keine ahnung ich glaube ja wie lass mich die am ende stange geben das klingt äußerst falsch dieses spiel ist pädagogisch sehr wertvoll mir fehlen ein paar steine hat jemand steine dafür aber ich habe müll wir haben nur 105 steine dafür über 1000 holz ich werde sie einfach euch beiden ausspannen was gekauft hatte seine spiel seiner hacke da ja ich glaube du hast ja abgeholt ne ich habe ich habe die spitzhacke jetzt reingegeben achso sag das doch die hacke nicht die spitzhacke sondern die normale hacke dafür sprechen wir ab also gary hat es angekündigt naja mehr oder minder ich habe drei erweiterung ich dann gleich auch zwei erweiterung gab ja er ist ich habe erst die kupfer gießkanne und die kopferspitzhacke okay dann ist genau geht jetzt auch drei erweiterung du sagst dass wir brauchen stein dann gehe ich meine höhle jo bin auch gerade auf dem weg ich suche gerade unsere truhen hey linus genug mit den quatschen ich kenne mich nicht genug in vertrauen aus tut mir leid armer kerl wir nehmen mal level 30 mal gucken was uns hier erwartet ich gehe gleich mal auf level eins rein achso naja stein und kupfer will ich halt holen oh treppe gefunden kupfer steine wie habe ich das gefühl dass das spiel sehr laut ist okay es hat sich keiner um die küken ähm die hüder geschwört danke ja dann machst du es jetzt heller ich wollte sagen wir sind doch die besten hier hallo natürlich das lässt sich ändern entschuldigung das ist arbeitsteilung wir kümmern uns um die steine und um die küken doch oder nicht okay wenn ihr steine besorgt bin ich okay damit ja das ist ja so hieß glaube ich sein heißt oder hieß sein studio oder nicht ahja kam auch neulich wieder eine folge raus echt ja genau krass stimmt das habe ich auch noch gesehen jedes jahr ein video und trotzdem damit dinge tun können das war ein sehr guter deutscher satz ja wieso jedes jahr ein video und trotzdem damit dinge tun können das klang irgendwie lustig okay ja warum nicht das klang lustig lustig lalalala naja er hat ne hose an und er fliegt und er hat ne hose an oder wie war das nochmal was ist das jetzt schon wieder irgendwas von spongebob achso die folge mit der fliegenden hose ja genau was da hat er glaube ich irgendwie ne hose angezogen und seinen fön da rein gesteckt auch immer fing der da an zu fliegen oder so ah stimmt hatten wir auch nen plan ob wir aubergine und so gepflanzt haben für die aufgabe ich glaube wir haben keine gepflanzt ich weiß nicht ich meine ich hab welche geholt ich bin mir nicht sicher ich würde auch sagen wir haben eigentlich alles gepflanzt vor allem weil wir 5 goldene kürbisse brauchen haben wir kürbisse gepflanzt keine ahnung ich weiß nicht wie die aussehen hier könnte sein könnte auch nicht sein wir sollten vielleicht noch mehr felder anlegen ja gut dann würde ich morgen vielleicht mal kürbisse kaufen gehen mhm und aubergine auberginen auberginen ein ganz toller Auer genau wow so Taylor ich hab mal ein paar steine mitgebracht Viel verkauf dir jetzt mal alle nein Mit dem 1 Dank glaube ich na und du hast meine Blumen gefressen das ist schon zwei Jahre her das ist mir egal ist mir egal stell's die nächste ziel club See, Klaas! Ich gehe jetzt ins Bett. Mine verlassen. Sekunde, ich komme auch klar. Gott, der ist noch an der Mine. Ähm, Bushaltestelle. Hey, komm, wir treffen uns an Bushaltestelle, aber ohne Treten. Oh Gott. Amaranth-Same, ob ich noch 5 davon habe, welche Pflanztus weiß ich. Stimmt, wir müssen ja auch noch Amaranth für die Kühe da bringen. Ne, 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 ne. Wetter gucken. Ich gucke auch gerade. Wolkig, Windböe, den ganzen Tag hindurch. Ja. Aber wenn ist es wolkig? Wahrsage. Das bringt ja eh nichts mehr am Abend. Ach ja, genau. Können wir ihn besuchen. Ist da noch was? Der Radischensalat. Na, Wiederholung. Ach ja. Der Radischensalat. Level 8 kriegen. Ich bin kein Fan von Radieschen. Ich bin kein Fan von Radieschen. Was sagst du? Ich bin nicht so der Fan von Radieschen. Ne, ich eigentlich auch nicht. Ich finde das ist so eines der langweiligsten Gemüse. Er hat einfach keine Ahnung. Ich finde die schmecken so wenig. Komisch. Äh, wir haben Aubergine. Yay. Siehste, ich habe doch gesagt, dass ich welche gepflanzt habe. Die Geister sind bei mir heute richtig scheiße drauf. Echt empfunden. Begeistert von dir. Ne. Warum nur? Amaranth ist fertig. Da braucht man aber ne Siche. Hier. Oh, das ist sofort weg sogar. Wie viele Stacks Amaranth will die haben? Einen. Äh. Nur eine. Achso, Inventar ist wohl. Gary? Ja? Hier, Amaranth. Äh, Moment, Moment. Ich muss eben was, was loswerden. Wo sind die Müllvernichtungen? Wo sind die Müllvernichtungen? Wir sind jetzt kein Amaranth. Amaranth. Ja, Sekunde. Sekunde. Hey, ist vorbei. Nein, hey. Warte. Nein, die will ich behalten. Ach, schön, die Aubergine haben wir nämlich. Äh, hier, 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 hier. Hier, hier, hier. Hier oben. Sorry. Wollte sie nicht geben. No. Was brauchen wir eine Aubergine fürs Haus? Ähm, Auberginen, Kürbis und Süßkartoffeln. Oh, ich habe eine Süßkartoffel. Oh, eine Süßkartoffel. Pussy mal bitte in die, äh, in die Kiste. Ja, ich tu sie mal in die Kiste. Wir brauchen nur einen Kürbis und den haben wir bestimmt. Sogar eine Silber, eine Süßkartoffel. Oh, ey. Eine Eisenhacke hat immer noch keiner, ne? Nein. Nope. Weil wir uns auf diese Teilhabe geeinigt haben. Ich glaube, es ist Zeit, bald wieder was abzugraben. Meinst du? Ja, vielleicht. Spitzhecke ist nicht stark, diesen Stein zu zerzummen. Ja. Ja, ja. Warum nicht? Weil ihr die Gießkanne wolltet. Wer wollte die, wer wollte die Gießkanne haben? Ey, er wollte da rein investieren. Das ist nicht wahr. Es ist gelogen. Da kommt schon Müll. Au. 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 Arbeite. Werde gezickelt. Egal. Komm. Ähm. Für irgendwas brauchen wir Ahornsirup. Egal. Oder in Syrup.